Das Ziel mit dieser Arbeit war, dass wir ein Gerät entwickeln, das uns erlaubt, mittels Ultraschallwellen einzelne Teile fliegen zu lassen und diese dann auch zu kontrollieren. Man kann das sehr einfach erklären, und zwar wenn man in einem Konzert ist und man von einem Bass ansteht, dann merkt man richtig, wie es einem wegdruckt. Und genau diesen Effekt nutzen wir aus, um unsere Kügel schweben zu lassen. Eine Anwendung von unserem Projekt ist in der Mikroskopie. Dort kann man durch das Schweben des Objekts besser hinzuschauen. Bei unserer Arbeit war die Hauptschwierigkeit, die Grösse des Geräts selber und die Komplexität der Elektronik. Zum Glück ist unser Studium so breit gefächert, dass wir auch das ganze Projekt umsetzen können. Das heisst, wir können alles, was wir in der Theorie haben, auch in einer Arbeit wie dieser anwenden. Das Elektronikstudium kann ich gerne weiterempfehlen, da alles, was ich dort gelernt habe, mir effektiv geholfen hat. Mit diesem Studium bin ich jetzt gut vorbereitet, um nachher einen Job in der Industrie zu starten. Ich bin dann mal ein Job. Ich habe den thanks, ich habe einen Job in der Regel geholfen, in der Ausgadung des Helens im Winz. Der Norden ist 8 Meter, ich bin dann auch ein Job. Ich habe den Tag in der Mitte Zeit eheiligen. Ich habe den Tag in der Versteck, Ich habe den Trailer.